so ok back on track willkommen zurück was machen wir den parpo den ikutis verfehlt ja ich habe ihn ja verfehlt so gesehen ne upsies oh schon wieder die zwillinge wir gehen mal noch nicht zum main building oh das ist nicht so gut warum durfte ich die palette schon wieder nicht droppen kann man das wie erklären zwischen 30 und 50 euro zwischen 25 und 25 25 50 euro jetzt die zum beispiel ich kann zum beispiel spezifisch sagen wie viel die kosten jetzt von dem letzten von dem dem wir gerade angehört hatten der hier kostet mich in der form wie ich ihn dann halt haben möchte es gibt zwei möglichkeiten entweder mp3 das sind 30 euro oder ein oder ein waveformat 50 euro und ich wollte natürlich auch nur darum gehen weil wir jetzt alle jets bearbeiten können verstehst du ich meine also 30 bessere oder qualität würde ich bekommen wenn ich halt die wave kauf 50 aber ich werde wahrscheinlich mit den 30 euro gehen ja head mod dankeschön für fünf euro so geht das jetzt da rein ja guck mal jetzt haben wir fünf euro schon geil 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 vielen dank karen habt ihr eine freundschaftsanfrage sendet oder ist da lang gefleucht Da hab ich mir diese scheiß Palette auf den Kopf geschlagen. Oh man! Carla! Dankeschön! Für 25€! Ja dann haben wir den Beat, ne? Möchtest du dann den Lightspeed haben? Also erstmal den Song fertig machen. Diesmal nicht! Er hat mir anders angesprochen, okay. Carla, wirklich vielen lieben Dank für den Support. Wer das auch so peppern können für die Coolness, lassen wir gerne was davon noch abgeben. Das stimmt. Hallo, Artsy! Was geht? Ich will den Stream können während dem Malen. Das freut mich. Es freut mich wirklich sehr, wenn die Musik, die ich mache, euch gefällt. Das bedeutet mir viel. Wirklich. Mehr als alles andere, würde ich sagen. Aber wir müssen den Text natürlich noch weiter schreiben. So. Johnny, Rangny, der Kimpel. Hat sie dagegen getreten und hat sie jetzt kein Torradius oder haben wir da eine Trap dran? Wahrscheinlich eher eine Trap, ne? Hier steht Carla im Oblee und ich nicht. Ja, so ist es. Es ist wie es ist. Warum ist das Go jetzt 100€? Warte mal. Kannst du nochmal einen Euro spenden? Zu. Danke für 10 Bits, Karin. Thank you for the 10 Bits. Und jetzt kriegst du einen Tritt in die Fresse! Bam! Zu! Oh. Da steht deine Mutter. Deine hässliche Shipbreak. So. Endres Maria, einen wunderschönen Willkommen im Stream. Und mir, Vance, danke für 20... Für deinen Follow vor 20 Minuten. Für 20 Follows, genau. Danke dir für 20 Follows. Ich dachte ohne Treten, Leute. Scheiße, du hast recht. Dann wohl doch mittreten. Du darfst gar nicht treten. Lego Fighter, danke für den Follow. Ich darf ja gar nicht treten. Meiner ist es. Ist meiner. Schori. 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 Ja, Lego Fighter, du hast ja recht, Mann. Leute, gönnt Beats. Scheiße. Ich helfe. Das geht rein. W years. Ich helfe. Ja, ich helfe. M-Main. Du Ja. Istinho. Junge, dieser kleine Krepelbrä. Krepelbrä, oh Krepelbrä, du tust mir halt dich weh. Kuckuck. Hey, was geht's, Charlotte? Warte kurz. Oh. Wie du einfach sterzig gedreht hast. Na klar. Hey, hey, hey. Komm, wir rennen noch ne Runde. Ja. Okay. Ciao. Weg mit dem! Das ist so witzig. Alter, hier blutet noch irgendwas anders. Wie laufen die Games? Sehr gut, Xenox. Wie laufen deine Games? Damit verabschiede ich mich? Okay. Ei, 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 ei. Carla, danke nochmal für den Support, ne? An der Stelle. Find ich geil, dass die Leute mich für so Kreativ-Kram unterstützen auf jeden Fall auch. Ja. 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 Ich hab grad irgendwer den, den kleinen Störling zertreten. Ich hab- ich leider nicht. wäre ich direkt dran gewesen, da hätte ich es geschafft. So, Rainy ist an dem anderen. Oh, oh. Hey, Girl. Ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Wir müssen eigentlich nur diesen Jennern machen hier. Ist doch eigentlich ganz einfach, ja. Ja. Oh, herrsinn. Oh. Sühof! Süy! Was geht los da rein? Hey, Charlotte. Ah! Oh, 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 oh. Ich bin nicht im Schrank. Vertraue mir. Ich wollte ihn auf jeden Fall noch mal rumtreten, Leute. Da musste man einfach noch mal reintreten. Oh, 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 oh. Oh, das ist ungünstig. Das ist ja... Oh, oh. Oh, der Kimpel. Da bist du aber ungünstig noch reingelaufen. Ich ja auch, ne? Das ist der Zeitpunkt, wo ihr euch halt... Also, wo ihr aufstehen müsst. Da hab ich zu viel getrollt. Scheiße. Ich dachte, wir hätten das noch in der Tash. Ja, ne, ist jetzt niemals geschafft. Ich war 14 Uhr dran. Komm, du musst... Du musst denn kommen! Na gut. War trotzdem eine sehr witzige Runde. Joey, der stirbt sich weggeheatet haben. Crazy. Ich muss auf jeden Fall noch mal auf Toilette und pinkeln. Ich hab da noch ein paar Mal gekickt. War ein guter Fußball. Kopfball! Gibt's denn GG's? Ausstatt Hallo. Ich muss auf jeden Fall sein.